Hallo zusammen, mein Name ist Christopher Röhricht und ich repräsentiere die Löwengruppe auf der diesjährigen ICE in London. Wir haben eine ganze Menge Innovationen mitgebracht. Besonders stolz sind wir hier auf unser neues Wandgehäuse, was wir speziell für die Gastronomie in der Zukunft für Deutschland hergerichtet haben. Sozusagen die Weltpremiere hier in London. Untertitelung. BR 2018